moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge mampfen und bewerten heute mit dem guten alten happy meal das happy meal ist eine für kinder zusammengestelltes menü der schnell restaurant kette mcdonald's bestehend aus einem hauptmahlzeitgang einer beilage einer fruchtbeigabe und einem getränk zudem wird stets ein spielzeug zugegeben in unserem fall haben wir gewählt es geht eigentlich ganz einfach ihr geht hin und holt euch den staff ran das heißt cheeseburger happy meal das ist das grundtenor hier das heißt also ein cheeseburger ist als hauptbestand dann könnt ihr die beilage wählen hier ist jetzt noch eine pommes mit der rei geflutscht ich hatte aber eigentlich den snack salad gewählt dazu könnt ihr dann beim snack salad natürlich ein dressing wählen dann gibt es ein getränk zur folge könnt ihr mineralwasser nehmen capri sonne bio schorle orangensaft oder auch shakes und wenn wir die shakes dazu nehmen wird das kosten nutzen verhältnis noch mal besser ich habe natürlich orangensaft genommen damit es gesünder bleibt dann gibt es eine fruchtige beilage die dann zum beispiel in form eines fruchtquatsches oder einer bio apfeltüte daherkommt dann könnt ihr euch noch aus diversen geschenken was raussuchen und dann heißt es natürlich es kommt darauf an was ihr gewählt habt wenn ihr jetzt einen cheeseburger genommen habt dann wären wir dort bei 300 kilo kalorien ungefähr bei dem snack salad kommen noch ganze 17 kilo kalorien noch dazu also bleiben wir bei 300 das dressing hat ein bisschen mehr kalorien das heißt die sollten wir dazu setzen bei dem kalorien auswerten das heißt also wir sind bei 350 kalorien et cetera ungefähr dann der usaft das ist auch nicht der burger also ihr seht ungefähr liegen wir hier bei drei bis 500 kilo kalorien kommt darauf an wenn ihr euch natürlich dann ein milkshake dazu ballert dann wäre natürlich mehr und dann das ganze gibt es zu einem adäquaten preis wenn wir die produkte einzeln kaufen würden wäre es viel teurer aber viel teurer nicht nur ein bisschen teurer sondern viel teurer und der werbefachmann dick brams entwickelte in der stolz adversity company in st louis ein konzept mit dem namen mcdonald land fun to go das produkt wurde in einigen mcdonald restaurants verkauft hierfür wurden einige werbespots mit den maskottchen ronald mcdonald gedreht und veröffentlicht die ersten spielzeug zugaben waren figuren aus dem arkade klassiker space invaders kennt doch jeder das konzept wurde in der folge umgearbeitet und umbenannt im juni 1979 wurde das menü in kansas city erstmalig unter den namen happy meal verkauft die spielzeugreihe circus wagon happy meal wurde in kansas city vertrieben die eine reihe von mcdonald's fun to go in st louis die käufer konnten zwischen den stift mcdoodler einem puzzelbuch ein handgelenk geldbörse mac breast oder ein id armband oder ein radierer mcdonald land charakter wählen im dezember 79 warb happy meal für den spielfilm star trek the motion picture mit dem eigenen star trek mir ab 1980 also ihr seht das happy me als wirklich ein klassiker enthält das happy meal auch disney spielzeuge zu den serien aus der zusammenarbeit mit disney gehören unter anderem die happy masterpiece collection das bambi happy meal und the little mermaid happy meal 2 ab 93 kaufte auch der mcdonald's konkurrent burger king disney's lizenzen für die burger kids club taschen die haben nämlich jetzt auch ein konkurrent produkt natürlich und 2007 verlor mcdonald schließlich komplett die recht an disney lizenzen da der vertrag nicht verlängert wurde in deutschland wurde das happy meal 1988 als juniortüte eingeführt die älteren semester werden die juniortüte wer denke ich mal noch kennen seit april 1999 heißt sie aber happy mir und wir wissen dass happy mir ist im prinzip ja ein bestandteil um natürlich junge kunden meistens junge kunden an das konzept des burgers des fastfoods der familien idylle in so einem restaurant zu binden und zu erziehen weil was ist drin cheeseburgers sind drin hamburgers sind drin nuggets sind drin das sind so die feiler produkte die noch in einem low cost segment sich aufhalten die also in zusammenhang mit einem happy meal noch gewinnbringend oder zumindest plus minus null vertrieben werden können dazu gibt es natürlich dann die die sache durch spielen auch den kunden zu gewinnen und zu binden je länger der kunde im restaurant bleibt je länger und mehr wird er dort verkonsumieren also ihr seht das sind schon marke marketing technische hintergründe glaube ich dort die ein happy meal zum happy meal machten wir müssen aber auch sagen das happy meal ist einfach nett für kinder das heißt also es ist auch eine herzensangelegenheit glaube ich von so einem großen unternehmen das ja auch als die gruppe die kinder mit unter habt dort zu platzieren und vor allen dingen wir sehen ja auch das happy meal wird immer gesünder das heißt also auch dort ist der zeitgeist angekommen als hauptspeise also bei einem happy meal können wir zusammensetzungen möglich machen hauptspeise hamburger cheeseburger oder vier chicken nuggets dann gibt es die beilage kleine pommes oder eine beilage snack salad classic als getränk gibt eine bioschorle apfelbirne ein capri san ein wasser ein bio milch oder ein o-saft und oder neuerdings auch aus der kompletten soft drink kategorie frucht klick gibt es auch oder frucht kick eine portion geschnitte äpfel das ist die bio apfel tüte oder eine tüte frucht püree frucht quatsch oder es gibt auch mac free in manchen restaurants als wassereis dann gibt es ein spielzeug oder ein buch auch sehr cool dass die jetzt um switch ein bisschen auf buch dass dort auch ein bisschen bildung angesetzt wird also ich würde dem happy meal wirklich eine zehn von zehn punkten geben weil es ist preis leistungstechnisch sehr gut aufgestellt und es ist alles drin was man eigentlich so so zum futtern braucht wisst ihr und kalorien technisch kommen wir hier bei einem recht humanen preis auch an den preis eines einzelnen bürgers rein ich sage vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal